Hey ho, Leute, Blacky ist wieder da. Und, ähm, ich glaube mit dem Wetter, was hier ist im Spiel, äh, verändert sich auch meine, ähm, meine, mein Gesundheitszustand. Irgendwie huste ich. Also doch, ab und zu muss ich irgendwie husten. Und ich weiß nicht warum. Und ich seh da was. Wow, Energie. Ja Leute, ich bin, wie ihr seht, halb tot. Und die Energie, die kommt jetzt wie gerufen. Ich brauche noch viel mehr Energie. Ich brauche noch viel mehr Energie. Okay, was haben wir hier? Äh, Noten. Genau, die Noten von dem. Ah, da oben. Leute, habt ihr das auch gesehen? Wow. Cool. Nicht schlecht. Oh, du kannst mir gar nichts. Yeah, es wird langsam wieder. Äh, ist hier nicht irgendwo. Ach, scheiße. Okay, da unten, hier sind jetzt zwei so eine Dinger. Zwei Honigwarme. Und das war ja klar, die eine kriege ich nicht. Ja, natürlich. So, jetzt geht's uns wieder gut. Ich tauche einfach mal noch ein bisschen. Denn, wir können jetzt den Biber besuchen. Jetzt im Herbst. Und hier wohnt er. Alles klar, bei dem findet man natürlich auch noch ein bisschen was. Äh, ich werde einfach mal hier hoch. Hallo. Yeah. Ah, da bist du ja endlich. Ich habe Monate auf dich gewartet, um dir das hier zu geben. Und ein Puzzleteil. Ach, das ist toll. Wuh. Da. Alles klar. Oh, und die Musik hier beim Biber, die ist so toll, ey. Ich mag die voll. Äh, ich bin gerade irgendwie ganz komisch nach unten gefallen. Keine Ahnung, das war vielleicht ein Bug oder so. Ist mir egal, das war cool. Oh, die Musik ist so cool. Hört euch die mal an. Wuhu, ich mag sie. Na gut, äh, genug von der Musik geschwärmt. Und ich würde sagen, ich gehe hier einfach mal überall hier weiter. Denn hier ist auch noch Energie. Und ich bin jetzt wieder komplett voll. Oh, wie toll. Und das hat sich sogar gereimt. Geil. Welche Jinjus haben wir? Okay, uns fehlt nur noch der blaue Jinju. Was für mich persönlich sehr cool ist. Das ist cool. Das ist sehr cool. Und ich mache jetzt einfach mal das Vieh tot. So, Leute, und jetzt reicht es mir. Ich nehme jetzt nochmal die zwei Noten, die da sind in Angriff. Ey, ich will die jetzt haben. Ich will die jetzt haben. Ja, du Kackvieh, du lässt mich mal schön hier Noten holen. Und, ja. Alles klar, Leute, ich habe die zwei Noten bekommen. Ist das cool. Okay, ähm. Dann kann ich jetzt hier weiter. Und hier sind natürlich wieder ein paar Noten. Oh, fuck. Yeah. So, und wie viele Raupen haben wir? Sieben Raupen. Und das wollte ich jetzt gar nicht. Nein. Oh, Mensch. So, jetzt. Und dann springen wir hier lang. So, wir mal schauen, was Mumbo alles für uns hat im Herbst. Eine Raupe. Cool. Puh. Mumbo viel Arbeit mit Blätter aufbohren. Heute nix. Sauber. Aber, äh, nicht schlimm. Mumbo scheint aber immerhin Noten hier drin zu haben. Alles klar. So, dann gehe ich jetzt raus. Ja, ich gehe jetzt raus. Ja. Ja, 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 ja. Puh. Oh, das Level ist anstrengend. Aber es... Oh, ne, anstrengend ist es gar nicht. Das macht... Das Level macht einfach einen Riesenspaß. Ich weiß nicht, warum. Das ist cool. Also, mir gefällt es, ey. Ich finde das Level toll. So mit vier Jahreszeiten und alles. Da haben sich die Programmierer von Rare, die haben sich echt was Geiles einfallen lassen. Ähm. Ja, gut. Ich gehe weiter. Denn ich will ja auch noch irgendwie irgendwann... Was? Nix mehr? Ach, scheiße. Äh. Ja, gut. Dann sage ich jetzt einfach mal... Komm mal, hier habe ich ja mal probiert. Ach, ich gehe einfach weiter. So, was haben wir hier? Ähm. Also gut, hier gibt es Goldfedern und ich habe eine Raupe gehört. Die Goldfeder will ich natürlich. Und, oh, da ist auch wieder ein Mumbo-Schädel. Ah, ah, ah. Der Vogel schon wieder. So, da haben wir die nächste Raupe. Jetzt haben wir einen neuen. Also, und oben ist auch noch eine Zehnter. Also, Raupen haben wir alle zusammen. Und die Vögel hier sterben auch alle. Einer nach dem anderen. Und der Typ ist auch tot. Und ich würde sagen... Oh, noch eine Raupe. Also, das wollte ich noch nicht sagen. Aber ich gehe mal reinschauen, was die Bienen haben. Äh. Eine Note. Und eine Raupe. Also, hier gibt es nichts mehr zu holen. Bär. 11 Raupen und 71 Noten jetzt. Cool. Ich hoffe einfach, ich finde noch alle Noten. Oder ist hier noch irgendwas? Ah, gut. Puh. Zum Glück habe ich geguckt. Äh. Hier sind nämlich noch zwei Noten. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich geguckt. Echt, ey. Ist hier noch irgendwas? Äh. Yeah. Hä. Hä. Lol. Äh, nee. Äh. Ähm. Alles klar. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Ich werde einfach mal... Hier wieder raus. Das mache ich jetzt. So, alles klar. Ähm. Juhu. Wir sind wieder draußen und hier ist wieder so coole Musik. Und jetzt wird hier rumgespringt. Hä. Rumgespringt. Hä. Whee. Da 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 da. Da 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 da. Okay, da ist ein Mumbo-Schädel. Oh mein Gott. Ey. Schon wieder 21 Mumbo-Schädel. Leute. Ich frage mich echt, warum ich... Nein. 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 Oh. Nein. Nein. Ja. Oh. Puh. Leute. Ich hatte gerade echt Angst, dass ich sterbe. Äh. Mensch. Äh. Wo war ich gerade? Ich war bei den Mumbo-Schädeln. Ja, toll. Wir haben die letzte Verwandlung bekommen und haben schon wieder 20 Schädel. Das gibt es doch nicht. Ey. Wie viele Schädel hier versteckt sind. Na gut. Vielleicht ist es ja deswegen gedacht, wenn man so in den ersten paar Leveln nicht so viele gefunden hat. Und dass man dann irgendwie doch noch genug bekommt, um sich gut verwandeln zu können. So. Alles. So. Naja. Irgendwas haben die sich dabei schon gedacht. So. Dass hier so viele sind. Aber da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich möchte viel lieber, ähm, aber ich bin auch schon voll. Ich möchte viel lieber, äh, oh, was lache ich denn da? Ich möchte jetzt viel lieber auf den Baum hoch. Und, äh, ja, auf den Baum hoch und gucken, was ich so noch an Puzzleteil bekommen kann. Mir fällt gerade was auf. Ich muss nochmal runter. Was ist da? Wee. Wee. Ja, genau. Zum Glück bin ich runtergefallen, denn mir ist gerade aufgefallen, dass die Blume hier ist. Ah, yeah. Und hier haben wir jetzt das Puzzleteil von der Blume. Äh, womit wir sechs Puzzleteile in dem Level haben. Cool. Aber kann ich da nicht irgendwie hoch? War das nicht so? Äh, ne. Okay, ab nach unten. Da. Da, da. Da, da. Alles klar, dann gehe ich jetzt hier hoch. So, ich bin gerade am überlegen, wo der letzte Jinju war. Aber der letzte Jinju war, soweit ich mich nur erinnere, hundertprozentig im Winter. Passt ja auch. Der blaue Jinju im Winter, ja, das hat so irgendwie so eine Zusammenhängigkeit. Zusammenhang. Ja, genau, so einen Zusammenhang hat das. Nicht so eine Zusammenhängigkeit. Was labere ich hier? Äh, ist egal, was ich labere. Ich freue mich, ey. Das Level ist toll. Das, puh, ich glaube, ich bin doch nicht mehr so unhappy wie davor. Ich freue mich gerade irgendwie wieder. Das ist, das Level hat so eine Wirkung auf mich. Äh, das ist cool. Äh, aber ohne Scherz. Ich liebe dieses Level. Das hat wirklich was ganz Tolles an sich. Was ganz, ganz Tolles. Und, äh, was wollte ich hier machen? Ach ja, ich wollte die goldene Feder holen und dann bin ich runtergefallen. So, jetzt habe ich so. Und kann man denn schon aufs Haus? Oder ist da schon was? Äh, ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich gucke einfach nach. Okay. Ich wette, hier hinter ist was. Äh, wow. Okay, und was haben wir hier? Nix. Ah, toll. Lol. Ich werde einfach hier runter. Ah, hier ist eine Raupe. Und die zwölfte Raupe. Alles klar, äh, da ist ja wirklich nix. Ja, bloß gut, dass ich da nicht weiter versucht habe, hochzukommen. Äh, nein, 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 nein. Oh, Leute, wieso falle ich denn immer hier runter? Leute, sagt's mir, wieso falle ich immer diesen, oh, Baum runter? Oder wenn das überhaupt ein Baum ist, ich weiß nicht, was das ist. Das ist mir egal. Aber ich falle immer runter. Puh. Ich wette, ihr lacht euch jetzt tot über mich, weil ich hier die ganze Zeit runterfalle. Aber Leute, das ist gar nicht so lustig, wie es immer aussieht. Also, für mich ist das ganz und gar nicht lustig. Für euch wahrscheinlich sehr. Äh, na gut, egal. Äh, hier geht's jetzt im nächsten Video weiter, Leute. Bis dahin sag ich, auf Wiedersehen. Gut, tschüssi. Gut, tschüssi. Gut, tschüssi. Gut, tschüssi.